Hallo Leute, ich bin wieder auf dem Acker. Der Treckerfahrer in Thüringen ist unterwegs. Wir sind im Unschul-Heinig-Kreis beim Agrarunternehmen Marold Terrore GmbH, was ich da gesehen habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dazu kommt noch der Cerion 12650 mit dem Überladewagen. Der Treckerfahrer in Thüringen war wieder unterwegs und ihr wart live dabei. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Daumen hoch, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, was mich tierisch freuen würde. Ein Abo. Und hier, ich gebe mir Mühe, ich setze mich gleich wieder ran. Dann wird wieder geschnitten, damit er wieder was Neues zugucken darf. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns in 50 Tagen. Tschüss.